Das eigene Zuhause. Extra Radio stellt die interessantesten Neubaugebiete in der Region vor. Heute Oberkotzau. Hongkong, New York, Dubai. Die Welt ist hier zu Hause. Hier in Oberkotzau. Ich bin Stefan Breuer, erster Bürgermeister des Marktes Oberkotzau. Wir sind hier boomender Wirtschaftsstandort, erholsamer Wohnort und letzten Endes auch spannender Touristenmagnet. Zum Beispiel hier im Fernbeweg. Über 4000 Schilder wurden hier in zwei Jahrzehnten zusammengetragen. In Oberkotzau, frei zugänglich, ist ein Besuchermagnet, aber auch für unsere Einheimischen hochinteressant. Etwas zum Schmunzeln und zum Staunen. Über 300 Prominente aus der ganzen Welt haben sich hier in unserem Fernwehpark verewigt. Und hier, an diesem einmaligen Ort, können Sie sich Ihren Traum vom Eigenheim erfüllen. Hier, in unserem Neubaugebiet Schwestenstag liegt. 52 Bauplätze, jeder ausgestattet mit modernem Glasfaseranschluss. Ruhig, nur mit Anliegerverkehr, Nähe zur Natur und gleichzeitig in wenigen Minuten alles erreichbar, was Sie sich denken können. Einkaufsmöglichkeiten, Grund- und Mittelschule, drei Kindertagesstätten, Sportmöglichkeiten. Unser Schloss fußläufig erreichbar und unser sehenswertes Terrassenfreibad. Direkt vor der Tür verlaufen nagelneue Radwege, hinaus in die Natur oder in die nächstgelegenen Städte. Und hier können Sie wohnen, in unserem Neubaugebiet Schwestenstalblick. Musik Kommen Sie dahin, wo die Welt zu Hause ist. Kommen Sie zu uns, nach Oberkotzau. Musik Das war das eigene Zuhause. Die interessantesten Neubaugebiete in der Region. Mit Unterstützung der Sparkasse Hochfranken, Ihr zuverlässiger Partner bei der Eigenheimfinanzierung. Finden und finanzieren Sie Ihre Traumimmobilie. Mit der Sparkasse Hochfranken. Musik 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 Vielen Dank.